hey da netter und youtube part 3 der letzte part und wir werden begrüßt von mr geht's nicht gut wenn ich doch mal ne charmante begrüßung hallo irgendwelche netten ok das ist diesmal muss ich rauf gehen die stufe mehr ich verstehe es naja ist kein problem mir wird auch gar nichts passieren außer dass plötzlich um die Eck jemand stehen wird aber ich bin vollkommen darauf vorbereitet ich hab nerven aus Stahl also nein du hängst nur rum was na wie geht's danke für den Key Idiot k k k leute 良 Ich hab... Ich hab John und Dale... Oh, Jesus Christ! Ah ja, der ist schnell, der ist schnell! Okay, daun, 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 daun! Ach, du lebst! Du bist süß! Shut up! Warum habt ihr alle ein Echo und ich nicht? Huh! Okay, loading! Wenn ihr irgendwo mal arbeiten solltet... Bei einem Steve Büro, ihr wisst! Besser nicht! So gut kann die Bezahlung gar nicht sein! Obwohl, nein, ja! Obwohl ihr Mediziner sein sollt! Nebenbei! Soll ich mal speichern? Hallo? Ich bin hier, um mich bei Steve zu bewerben! Okay, hier... Aha, wieder 10.000! Die Ex-Angestellten! Irgendwo ist hier ein Key, richtig! Gib mir den Key, mein Freund! Key! Tschuldigung! Okay, das sollte sich jetzt nicht unbedingt stören! Oh-oh! Mitarbeiter des Monats! Schlachter des Monats! Entschuldige, ich brauche hier nur einen Key! Dankeschön! Ich bin schon wieder weg! Ich bin schon wieder weg! Mach nur weiter! Was auch immer du zu tun hast! Und zumachen! Immer die Türen... Okay, ich lasse sie offen! Ich bin schon wieder weg! Ist da schon wieder einer hinter mir? Ah, servus! Nein, 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 nein! Ja, du hast ein wunderschönes Gesicht! Ist die schönste! Links gehen! Ah! Du hast gar kein Gesicht, du solltest tauschen! Natürlich war das der falsche Weg. Oh, shit. Was ist das für ein Restring? Wow. Komm, 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 der Chandra. Oh, der ist schnell. Oh, der ist schnell. Oh, okay. Alles klar, kein Problem. Nur zwei Augen auf dem Gesicht. Kein Grund zur Panik. Wieso weg? Ich hab ihn abgehängt. Nein! Ah! Jesus, ich hab ihn abgehängt. Kein Grund. Okay. Safe, safe, safe. Queen. schon okay diesmal wenn wir kinkommen etwas schneller abhängen okay es ist lockt, hier war kein Key, hier war der Key Danke und Tschüss! okay, save empty slot, hast du gesaved? okay gut wunderbar run 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 ok äh rechts laufen, richtig? richtig nicht hier rechts oh tschüss schon wieder hat sie mich erwischt geil konsequenzen klingst du traurig prinzessin halleluja oh, geh rauf ha, macht Licht geh hier rauf wie stehe stuhlen ich komm hier nicht drauf ich flieg aus okay, warte ich save katt er hier die person aufhören zu flüstern, das macht mich nervös das ist das schwierigste in dem ganzen spiel die leiter aufzugehen oh mein gott oh mein gott ich ganz sicher nicht niemand ist hinter mir niemand flüstert hinter mir ich drehe mich nicht um alles wird gut wer baut denn sowas dann dauert denn das muss die licht niemand weint fliege mit dem fahrrad nicht wir haben es geschafft game komplett was für ein abteillicher job bei steve aber hey wir haben es geschafft danke fürs zusehen und macht's gut tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.